so und wieder mal herzlich willkommen zurück wird schützt da um vor Ort oder wird schützt wieder um zu deutsch wobei das englische besser gehört jedenfalls das erste und wahrscheinlich einzigste die ist sie zu die mc also der fülle gut ist der Mission 5 und zwar der eigene Schatten du hast es getan wie fühlt sich das an ich brauche mehr du hast etwas das das ist meins dann nehme ich es mir die lehre wird schüllen ok was machst du mehr zack zack verdammt ja komm her ja 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 verdammt was macht der denn ja los komm runter alter alter was geht denn mit dem ab jetzt komm runter du feige Sau verdammt was geh mit dem Typen auch was geht mit dem Typen auch mach ich Manni! Ah, das kommt ja auch. Ah, komm, komm. Ha! So die Geschichte. Wir sind ein und derselbe. Pürzel! Danke. Du gehörst nirgendwo hin. Was ist mit deinem Herz? So, ich glaub der wird schon jetzt wieder komplett hergestellt. Wenn nicht sogar noch verrückter wie davor. Jetzt hat er das Amulett wieder. Ja, eigentlich mal eine richtig gute Bewertung. Ja, nächstes Jahr. So. Wir haben zwei Verbesserungen, das finde ich ja mal richtig geil. Schwertillusion, Sturmschwert. Fertigkeiten. Ach ne, ich weiß nicht. Machen wir mal das, das benutzt man A relativ oft. Und, haben wir da noch irgendwas? Ne, machen wir jetzt noch das da. Gut. Schauen wir mal bei den Gegenständen nach. Da brauchen wir keinen. Und von, äh, was ist das? 2000? Da können wir uns nichts leisten. Na gut. Ja. Ja, ähm. Ja, die Mission 6, die machen wir jetzt in der Folge noch. Weil, kaum mal 6 Minuten, was wir jetzt haben, das ist viel zu wenig. Das kann ich jetzt so raus haben. Und deswegen haben wir jetzt Mission 6 eine neue Chance. Hier war ich schon einmal. Dieses Mal, wird es anders sein. Ja. Ach du Scheiße, wie ist es mit dem passiert? Ja, ich glaube jetzt ist er vollkommen durchdreht. Okay. Hm, ach ja, schön. Mit L3 und R3 kannst du einen Doppelhänger erschaffen. Cool. Ach, das wollte ich am Anfang machen. Cool. Los Doppelhänger. Wuhu. Zack, zack, zack. Na. Halt. Na, ich muss Doppelhänger nennen. Na, ich muss Doppelhänger. Ja, ich muss mir mal auf. Ja, ich muss da mögliche Sachen legen. Ja, ich muss das machen. Verdammte Scheiße was kriegt denn die Viecher aus, das ist ein ungestockt worden Komm her Zack, Zack Zack Okay Mir reicht's mit diesem Ort Ja, mir reicht's alles mit diesem Ort So Ist hier noch irgendwas? Gegenstand oder so? Ah Ja Und jetzt ist er aber schon richtig stark Also wenn wir zu Beginn hier waren, war er eigentlich nur richtig kacke und Naja Na, super Ja, und Jetzt So Und Zack Oh Ah Whoa, whoa, da Oh Gott Glück hat Verdammt, wie komm ich, hat sie dir verlangen, siehle Warum? Verdammt, wie komm ich, hat sie dir verlangen, siehle Ähm Ah At Jaääah Uh, ja, das ist aber nur gut, das ist immer sehr gut Da ist ein Krimmer Oder nicht ach verdammt so da geht's weiß weg die jetzt ja was den Frieden so so auch nicht auch wieder im Gegenstand gut jetzt ok glaubt er wird schon mal kaputt voll gemein nein du hässliche Scheiße vor mir ja Komm her! Zack! Wo meinst du? Ha Ha Ach komm schon! Wieso kommen wir so viele ab hier? Hier kommen wir allgemein so viele viele Oh verdammte Scheiße Nein! Ja! Das ist zum Scheißhächse! Nein! Stört! Jetzt! Boah! Meine Fresslos! Gebe diesen verkackten Viechern ab! Das ist ja verrückstört! Und ein kleiner Dämon-Triebssternherz... Ja, genau! So da ist nichts mehr! Wir müssen schon! Auch nichts mehr! So, da kommen jetzt bestimmt wieder Gegner! Ja! Was zur Hölle? Ja! Zack, 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 zack! Ah, komm her! Zack, zack! Ah, komm her! Ah, super! Bam! Ah! Alles gut! Na, komm her! So! Ich hab' keine Zeit für all dies! Gut! Dann! Was denn da hin? Ganz nichts! Oh! Wir können was kaufen! Und zwar ein Dämon-Triebkreuz! Hm! Ich hab' keine Zeit für all dies! Doch, das hast du jetzt! Gott! Ach ja, wieder mal hier! Ach! Ach! Die Teile sind ja auch wieder drüber! Oh, da kommen wir wieder! Na ja! 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 Alles zu mir herkommen! Alles zu mir herkommen! Nach zu mir! Naaaah! Verdammt! Ach! Na, komm! Noch zwei Hungels! Ah, kibbe, kibbe, kibbe Ham, ham, zack, zack Ha Also, wenn man es mal irgendwie hinkriegt, den ganzen Scheiß irgendwie zu kombinieren, dann geht der Virtual Switch der Mausten krass ab, das ist echt der Hammer. Wenn man jetzt mal überlegt, den ganzen Scheiß frei zu schalten, also der ist ja unerfolgsame, echt krass. Jetzt stelle ich jetzt an, ich will da durch. Ich glaube, ich bräuchte noch ein Gesundheitskreuzbruchstück, dann hätten wir wieder vier Stück, dann wäre die Gesunde wieder voll. Was man jetzt ein bisschen praktisch wäre, eigentlich zu erscheinen muss. Ja genau, wie soll es denn da hochkommen? Ach, da bräuchte ich jetzt das Gegentreten, oder wie das heißt, auf die Viecher drauf springen und dann... Dann würde ich hochkommen, oder? Nein, die Zander schweigeln. Nein, die Zander schweigeln. Nein, die Zander schweigeln. Verdammt. Oder? Nein. Nein. Stürzt. Ich weiß ehrlich zu. Wieso kommst du her? Fahne. Zag. Zag. Nein, du bist eine Scheißhechse. Komm her. Ah, Mann! Oh, Mann! Nee, Mann! Mann, Mann! Ja! Verdammte Scheiße! Hexe, du musst sterben! Ja, was ist das? Cool, eine grüne Kugel! Yeah! Du Scheiße, Hexe, stirb! Ah, endlich! Die grüne Kugel, die war jetzt echt genau richtig Gibt's da unten noch irgendwas? Ah! Halleluja! Ich rät voll gesundheit! Perfekt! Es könnte gar nicht besser laufen Außer, dass die vier extrem stark sind Extrem viel! Und ich wieder da draufkomme! Gut! Ah, cool! Eine Verbesserung haben wir! Jetzt bräuchte man bloß so eine heilige Statue noch irgendwo rumstehen Oh nein! Entschuldigung! Wo ist denn hin? Da! Da! Irgendwas da! Hepp! Zack! So, jetzt hier rüber! So! Sind wir fast da! Oh nein! Schon wieder da! Du sitzt nicht weg! Ich rufe mich auch mit! Nein! Au! Ne! So! 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 Wieso dicht, Neiin! Neeein! Das ist jetzt einresegues, oder? Verdammte Scheiße Fuck Ah, stirbt Nein Was gibt diese Fächer? Fuck Fuck man Fahr extra jetzt endlich Wuhaa Stirbt Ah, Gott sei Dank Habit das Ja Vollgas Vollgas Ja 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 Jetzt bin ich frei Vater Ja 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 What the fuck? Okay, anscheinend sind wir jetzt schon durch mit dem DLC. Ja, Virtual ist wieder am Leben oder so und kontrolliert jetzt anscheinend die ganzen Dämonen. Gut, ich schließe mal daraus, dass da bestimmt noch ein zweiter Teil kommt. Oh, darauf folge ich mir jetzt schon. Der wird bestimmt einfach richtig geil, weil der war echt super der Teil. Ja, dann wären wir jetzt auch damit fertig. Werden jetzt das komplette Spiel durch und den DLC. Das war's dann soweit mit Devil May Cry. Ich hoffe es hat euch gefallen, also mir jetzt eben was super Spaß macht. Und ja, wenn sie mich noch weiterhören wollt, dann könnt sie mich zukünftig bei meinen nächsten Projekten auch gerne weiterverfolgen, wenn sie wollt. Also ich würde mich riesig freuen. Ja, dann lasse ich jetzt noch die Credits durchlaufen und man sieht sich Leute. Servus. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020